So neugierig. Ihr wollt wissen, warum ihr verschont wurdet? Ja. Vertraut ihr mir? Ich möchte es. Gut. Für den Moment müsst ihr nur wissen, dass wir meinen Sohn treffen werden. Rat mal, den ersten Totenbeschwerung. Das ist er. Und vieles mehr. Er ist der Schlüssel für mein Vorhaben. Es klingt, als würden sie nach Liliths Sohn Ratma suchen. Gemeinsam. Mutter, was denkt ihr? Ja. 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 Das war's für heute. Ich habe kaum noch Wut. Ich habe kaum noch Wut. Ich habe kaum noch Wut. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe kaum noch Wut. 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 Wie ihr wünscht, Mutter. Gut. Ich habe kaum noch Wut. 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 Ich bin noch nicht bereit. Nicht genug Blut. Nie genug Blut. Ich folge euch bis zum Ende von Santuarium, Mutter. Da ist sie. Mutter? Meryl, du kommst gerade rechtzeitig. Hinter diesem See liegt die Nekropole der Erstgeborenen, ein Hort der Magie und des Wissens. Ich habe Lilith den Weg geöffnet, doch konnte sie nicht begleiten. Mir, mir fehlt das göttliche Element, verstehst du? Nicht? Doch ich kann es finden. Ich bin so nah dran. Ich brauche nur... Mutter, hör auf! Sieh nur, was Lilith dir angetan hat. Du schreibst mit deinem eigenen Blut. Was? Mein kleines Vögelchen. Sie hat mich erweckt. Sie hat mir Dinge gezeigt. Dinge, die ich nicht einmal in Worte fassen kann. Sobald ich fertig bin, wirst du es verstehen. Mir ist egal, was sie dir gezeigt hat. Bitte, lass uns einfach von hier verschwinden. Oh, ich verstehe. Ja, schlaues Vögelchen. Du willst mich weglocken, um alles für dich zu haben. Das ist meine Entdeckung, nicht deine. Ich werde diese Runen mit deinem Blut vollenden. Ihr müsst das aufhalten. Das ist mein Problem. Was ist deine Lebed fragen? Ich werde das Schlaasen anvedaustieren. Ich werde es Rather zurück, wenn ich sie nicht wieder verabschiede. Boa ferrigt eigentlich nichts zu werden. Einsomniere rivalte dich an der Koch noch mehr Arten. Genau, wir Ah! 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 Motza! Nein! Ihr werdet nicht nehmen, was mir gehört! Wahh! Nein! Ah! 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 Ich muss warten. Ich habe kaum noch Boot. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich will nicht, dass du stirbst! Ich will nicht, dass du stirbst. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich will nicht, dass du stirbst. Nein! Ich will nicht, dass du stirbst. Ich will nicht, dass du stirbst. Du stirbst, was immer nötig ist. Meine Mutter hat dieses verdammte Ritual begonnen. Ich werde es vollenden. Trefft mich im Mistralwald. Warum dort? Die Horadrim haben dort eine Schatzkammer versteckt. Sie widmete ihr Leben der Suche danach. So viel dazu. Vielleicht hilft das beim Ritual. Wenn nicht, kann ich sie wenigstens dort begraben, wo sie es gewollt hätte. Ich brauche Zeit. Es tut mir leid. Lasst mich einfach. Ich bin lieber Ruhe. Wie das起 использiere.